Wie sind wir denn hier gelandet? Theater haben Zug und wir stehen im Wald. Wir wissen gar nicht wo. Hier kommt so schnell kein Zug mehr. Und unserer Arbeit sind wir auch los. Aber ich liebe meinen Job. Wir sind das Team der Schwesternproduktion. Und uns hat die Krise erfinderisch gemacht. Habt ihr diesen Sommer schon was vor? Wir drehen diesen Sommer in Berlin und Brandenburg eine Serie mit acht Folgen über arbeitslose Theaterfiguren, die genau wie wir gerade nicht wissen, wohin mit sich. Ach, wir sollten Romeo einladen. Ja, wollt ihr Romeo mal ganz privat kennenlernen? Wir wollen euch anstecken mit unserer Liebe zum Theater und für euch da sein, wenn es zu hat. Ja, wir schlagen die Brücke zwischen Theater und Film und wollen etwas Neues ausprobieren mit einem jungen, diversen Team. Wir laden euch ein Backstage. Theater und seine Figuren sind nicht so verstaubt, wie viele denken. Eigentlich sind sie wie wir. Ja. Nur unsterblich. Ja. Das ist besser als Moskau. Wir brauchen eure Unterstützung. Um unsere Serie zu realisieren, braucht es Kamera, Schauspielerinnen, Kostüme, Maske, Ton, Requisiten, Pyrotechnik, Blut, Kunstblut. Deswegen haben wir eine Startnext-Kampagne gegründet. Ja. Ihr könnt dort mit dem Erwerb eines Dankeschöns Teil der Serie werden, ja? Spielt mit, entscheidet mit, besucht uns und trinkt mit uns einen Wodka. Einmal zum Film. Zehn Millionen Dank. Du bist nun mal ins Leben geworfen und niemand hat dich gefragt, ob du leben willst. Du kannst das Glück ja gar nicht festhalten. Das ist Glück. Das ist ures, eiskaltes Glück. Das ist jetzt Glück. Seid dabei, wenn es losgeht und wir die erste Folge Ende Juli drehen und auf Medea treffen. Unser erstes Funding-Ziel sind 10.000 Euro. Unser zweites 20.000 Euro. Und unser drittes 40.000 Euro. Mit dem Erreichen des letzten Funding-Ziels bekommt jeder Beteiligte seine Mindestgage ausbezahlt und wir können das Equipment für alle geplanten acht Folgen leihen. Wir hoffen, ihr werdet unsere Dankeschöns lieben und wir sagen aus tiefstem Herzen Spasiva! Ajutatine! Gesundheit! Let's go! Let's go! Kommt mit! Komm! Ja, kommt! Ja, kommt! Nicht schüchtern sein! Vielleicht kommt ja Hamlet! Ja, vielleicht kommt Hamlet oder Ophelia! Romeo! 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 Ja, komm!